Jo Leute, ihr seht schon, ich bin wieder auf VipaLive unterwegs. Diesmal wieder als Recruit, mein erster Tag sozusagen und meine erste Ausbildung. Wir sind mit einem Heli nach Paletto Bay geflogen und dort beginnt dann die eigentliche Ausbildung. Es geht um Verkehrskontrollen und um einen Ladenraub. Ich hoffe jetzt natürlich, dass ich auch wieder dort ankomme. Weil als die Sonnenwende war, wurde ich sozusagen natürlich rauskatapultiert, was ja normal ist. Und ich hoffe jetzt, dass ich wieder in Paletto Bay bin, also dort wieder aufwache. Es kann jetzt sein, dass ich wieder in der Stadtmitte bin. So, hoffentlich Paletto Bay. Das sieht sehr gut aus, tatsächlich Paletto Bay. Okay, nicht so toll, mitten in der Walerei. Alles klar, dann funke ich gleich mal durch. Das hatte ich bis jetzt noch nicht. Noch halt, geht ja noch nicht. Hier muss ich dann boten. Halt. Ich meine natürlich so. Dann Aktion vom Gerät. Und natürlich die 1. So, das hätten wir. Dann probere ich mal zu funken. A07 wieder da. Zehn Vieh, einfach an der Grundausflugend teilnehmen. Ja, würde ich gerne. Bin direkt an der, ähm, Paletto Bay, äh, Dorfmitte. Ich müsste jetzt noch... Bisschen zum Sheriff's Department, Paletto Bay. Jo, ich lauf dorthin. Ich hab leider kein Auto hier. Alles gut. Geh mal, wir funken jetzt noch. Jo. So. Also ich fahr schon mal hoch zum Autohändler. Such mit einem guten Platz. So, Leute, ihr habt es mitbekommen. Ich soll zum Police Department. Das soll das natürlich... Oh, das ist ja. Nicht so toll. Na gut, dann lasse ich das jetzt mal so. Das sieht jetzt mal ein bisschen komisch aus, aber... Bisschen komisch aus? Äh, dass ich hier gerade... Mein Funkgerät die ganze Zeit in der Hand habe. Und ja, dass wenn ich jetzt in den gleichen Muskel tippe, dann kommt ständig wieder dieses Funksignal. Ich wollte damit nicht nerven. Jungs, wo seid ihr? Ich bin gerade in Paletto Bay, Stadtmitte. Ich komme gerade hochgelaufen zum PD. Postleitzahl 1027. Passiere ich gerade an. So, wenn es so weit ist, dann fahrt ihr beide einfach mal hoch zum Autohändler. Wir kommen ja gleich nach. Ja, das wär besser, okay. Genau. Gut. Erstmal danke. Hab leider im Gebäude Kopfschmerzen. Könnte ich nochmal kurz rausgebracht werden. Äh, ja. Geisern den, tessern den einfach. Oder so. Das geht auch. Ja, besser. Danke. Ich nehm mich sie fest. So eine schönen Polizeistromschläger. Aber warte, man macht mein Kollege jetzt eigentlich mit bei mir? Also wir machen zusammen dann? Ja. Geil. Ich darf nicht alles machen. Ja, ne. Das war ich besser für dich, umso mehr ihr seid. Egal, ich hätt's auch alleine gemacht. So, 07 ist jetzt im PD im Sheriff Department. Danke für die schnelle Hilfe, dass ich schneller hierher kommen konnte. Sie geht jetzt aus dem Funk raus. Und zwar steht ihr die Hälfte nur. Wir sind alle aus dem Funk. Sollen wir aus dem Funk raus? Ja, versteht sonst nichts. Okay, dann mach ich das mal. Das ist, wenn die eine Verfolgungsjagd oder so haben, man versteht nichts mehr. 07 ist aus dem Funk wegen der Ausbildung. 10-4 Ende. Ja, lass beginnen. Es ist schon über 45. Dann machen wir jetzt so. Ja, los. Wird ja gerade beginnen. Und was bei der Verfolgungsjagd? Was sollen wir dann machen? Ja, wir fangen jetzt mit dem Ladenraub an. So. Also ihr fangt mit dem Ladenraub rein. Dann kommt meistens das Kommando. Alle Einheiten fahren den Ladenraub an. Allerdings fahrt ihr auch den Ladenraub an, solange es nicht das Kommando gibt, dass ihr nicht anfangen sollt. Entschuldigung, ich wollte mal fragen. Ich wollte mal fragen, wie ich aus dem Funk direkt rauskomme. Geht nicht. Ich muss jetzt mal den Funk reingeben und dann, hey, aus der Klin. Ne, fang an mit Anfang und danach machen wir den Verfolgungsjagd. Ja, okay, Digga. Da geht mein Eier an. Immer mit der Ruhe, genau. Digga, ich bin halt aufgeregt. Ich bin mir sicher, ich schaff's gerade nicht, Digga. So, normalerweise... Immer bei dem Frühfunk schreien scheiße rein, Digga. Ist ja nicht mehr ne Prüfung. Ganz großartig. Ich mach nur um ne Prüfung, keine Sorge. Wir machen noch ne, Digga. Ich mach noch ne, keine Sorge. Michi hat schon gesagt, was einer machen möchte. Die mach ich mit. So, genau. Und zwar eigentlich, wie heißt es gibt's da Funkkurs für. Allerdings, wie heißt es bringt's euch jetzt erstmal ohne Ball. Die Funkkurs, die kommt morgen dran. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, die Funkkurs, die verwendet eigentlich eh niemand, deshalb sag ich euch jetzt mal so, dass ihr, wenn ihr andere irritiert seid, angenommen ich fahre jetzt hin, dann sag ich 71, fährt den aktuellen Ladenraub an. Ähm, das macht ihr dann natürlich mit eurer Dienstnummer. Ähm, eigentlich korrekt wird es heißen, ähm, eure, wie heißt es, ähm, zum Beispiel 71, fährt den aktuellen Ladenraub an, Q3. Und, ähm, müsst ihr eigentlich mal sagen, fährt den aktuellen Ladenraub an, 71, Q3, wird eigentlich schon reichen. Und, äh, ja, genau, dann fahrt ihr zum Ladenraub, kommt ihr an. Dann bildet ihr erstmal, das zeige ich euch gleich nochmal, ein Halbkreis um, wie heißt es, um den Eingang vom Laden, weil dann habt ihr eine gute Position, wie ihr auf die schießen könnt. Sollt ihr die irgendwo am Arsch der Welt parken, könnt ihr nicht gut auf die schießen, ja? Ähm, also zum Beispiel jetzt, man fährt den Ladenraub rein, ähm, ja, jetzt habe ich die, ach, ich schaffe es jetzt, egal. Ja gut, ja, wie gesagt, den Halbkreis um den Ladeneingang aufstellen, dann aussteigen. Dann geht ihr erstmal hinter die Autos. Es gibt immer beim Ladenraub eine, wie heißt es, ähm, selbst erteilte Einsatzleitung und, äh, wie heißt es, und eine Verhandlungshöhe, ja. Wie viel darf er anfordern für eine Geisel? Ne, scheiße, steht ja irgendwie viel drin. Ja, weißt du es, ich weiß es nicht. Ah, ich auch nicht, äh. Ich habe beim letzten Mal mitbekommen, dass die Geiselnehmer nur eine Sache fordern dürfen, darum hat das... Ja, pro Geisel, wir müssen nur eine Forderung pro Geisel nachkommen. Ja, wie heißt es, also wir müssen kein Helis nachkommen oder so, wenn die sowas stellen. Natürlich die Police-Autos auch nicht, ähm, könnten wir den Ganzen theoretisch hinstellen, macht hat aber gar keinen Sinn, auch von uns aus nicht, weil wir es ist, die Idee nicht benutzen dürfen. Hm. Das sollte es ein Suppenfall werden, kann man uns genauso dafür dann, ähm, belangen, wer ist es, weil es ja komplett sinnlos ist. Hm. Genau, wer ist es, ähm, pro Geisel müssen wir noch auf eine Forderung eingehen, sondern wenn wir keine Geisel haben, brauchen wir auch auf keine Forderung eingehen. Das ist ja, denke ich, klar. Hm, ich habe noch etwas Wichtiges zu sagen. Mit den Funkcodes muss ich in der anderen Welt mich nächste Woche, habe ich da ein bisschen bessere Zeit. Und zwar habe ich diese Woche nicht so viel Zeit in der anderen Welt. Deswegen, dass ihr da Bescheid wisst, dass ich mich dann... Ich kann die Funkcodes auch nicht. Dass ich mich dann nicht... Ganz unter uns jetzt mal, ich kann die Funkcodes selber nicht. Okay. Alles klar. Ich kann keinen einzigen Funkcodes außer 10-4 und 10-12. Ich habe 10-4, habe ich verstanden, was das mit dabei ist? 10-4 ist habe ich verstanden und 10-12 ist Stand-by. So, mehr kann ich nicht. Ja, ich auch nicht. Egal, ich benutze ich nur 10-4 von da. Und 10-8 ist ja wegen, äh, wenn man sich abmeldet. Ne, 10-8 ist im Dienst. Achso, im Dienst und Abmeldung? Keine Ahnung, jetzt sagst du einfach, du gehst aus dem Dienst, ich mach keinst von beiden. Ich sag, wer ist es, moin dem Funk? Und dann, äh, ist das Cam hier, die halbe Kameradschaft und was, dass ich im Dienst bin. Okay. Ich sag halt, ihr mein, bei 10-4, ich hab's verstanden. Also, eigentlich war verstanden, warum sag ich 10-4. Einfach cringe. Imagine, man sagt 10-4, Lika. Schnauze, jetzt, ich will durchkommen. Ich will nicht bis morgen mit der ganzen Zeit brauchen. Ero. Wer ist denn der Herr Boogie? Kenn ich gar nicht. Ja, also, Herr Pfister, wie heißt du denn, Herr Pfister? Mr. Pfister. Ja, was ist das für ein Name? Ich hatte eine Absicht, wenn ich auf den Schlag gekommen bin, lass mich. Ich hatte hier komplett eine Absicht. Ich bin auch nur beim PD, weil der Waffen schon zu teuer war für das Startgeld. Ich will eben, ich will noch eine andere Sache drauf hinweisen. Ich müsste auf jeden Fall bald dringend was essen und trinken, wenn's irgendwie möglich ist. Ja, wer ist das für... Auf den Start? Auf den Start? Ja, hier auf den Start. Ja, dann lasse ich, ich mach kurz den Zauber-Move. Okay. Ich dachte... Nee, nee, hier auf den Start. Hier, hier muss ich unbedingt. Okay, ich weiß nicht mal, wie's geht. Ich wollte es mal wissen. Sonst bin ich irgendwann nicht mehr da oder kann bei der Ausbildung nicht teilnehmen, weil ich dann irgendwann auf dem Boden liege. Bin dann nächstes Mal so. Ah, warte, ich bin eine halbe Sekunde im Kopf. Jo. Hast du meine Zauber-Rad gesehen? Nee, noch nicht. Du stehst für mich ganz normal da. Genau. Also ich glaube, jetzt verhungerst du nicht, oder? Doch, ich verhungere immer noch. Wie? Schulgröße 34. Ja, hey, ich hab... Ja, also irgendwie... Ja, hier. Doch, guck mal rechts, das muss voll sein. Nein, das nicht, leider. Tja, dann weiß ich nicht, weil... So, verhungere ich nicht, leider. Ich muss doch 15 an. Ja, bei mir geht es. Was geht bei dir? Also ich... Oder warte, weiß du, was ich jetzt mache, Corsair? Jo, hör mal rein. Funktioniert's? Nein. Nichts passiert, leider. Wiederbelebt den Typen einmal, dann reicht's, dann passt's auch. Mach ich doch gerade, es geht nicht. Och, Digga, warum kannst du nicht mal wiederbeleben? Bist du dumm, oder was? Irgendein Fehler vom Statiker, aber ich kann's gerade nicht machen. Ich kann's bei mir selber auch machen, aber bei Ihnen nicht. Er ist jünger ein Kandidat gerade, es geht bei Ihnen nicht mehr. Vor allem ging's auch nicht. Warte, ich guck, ob ich Essen hab. Ja, Glückszahl. Glückszahl ist die 34. Oh, jetzt hab ich dir Angst dir gegeben. Also trinken wir noch gut, weil ich will einfach nur gucken, dass ich da... Dass ich dann, äh... Ja, nicht während der Ausbildung und dann einfach auf den Boden liege. Ja, ich bin versorgt, ich mach was mit meinen Zauberkräften. Na gut. So ein Hacker, Digga. So ein Zauberer. Das sieht aus wie ein Zauberer. Ja, definitiv. Ich kann mich mal, Digga, aus einer, wie ich von Gross spiele. Ganz leise. Auf jeden Fall gibt's dann eine Einsatzleitung und einen Verhandlungspartner. Wie heißt es eigentlich bestimmt, dass die Einsatzleitung, wer die Verhandlung führt? Ihr könnt euch natürlich gerne freiwillig dafür melden, wenn ihr es möchtet. Wenn Lightchief das macht, dann ist eigentlich in der Regel, dann mach ich die Verhandlungen und er die, er ist das die Einsatzleitung. Genau, wie heißt es? Sonst meistens, wenn der Tief das nicht macht, ähm, dann bin ich meistens die Einsatzleitung. Und er, wer ist das und ich, entscheidend an niemanden als Verhandlungsführung. Das, äh, schau ich dann halt einfach immer, je nachdem. So, jetzt starten. Gut, und dann auf jeden Fall, ähm, wenn keine Einsatzleitung ernannt wird, ähm, dann macht es die erste Streifen, die dort ist. Die warten kurz, dann fragt dann, ob es eine Einsatzleitung gibt. Wenn ihr die erste Streifen seid, zum Beispiel, kommt an, niemand hat sich als Einsatzleitung gemeldet, dann sagt ihr, gibt es eine Einsatzleitung. Wenn niemand das bejaht, dann sagt ihr, ihr Arbeit-Dienstnummer ist jetzt die Einsatzleitung und er nennt dann auch einen Verhandlungsführer. Genau, und dann, wie gesagt, werden die Verhandlungen geführt. Dabei müsst ihr aufpassen, dass ihr einen Mittelpunkt findet, zwischen, dass, ähm, dem Vorderungen nachkommen und wir erst den Vorderungen nicht zu, nicht zu stark nachkommen. Wir erst, sie sind immer noch Geiselnehmer. Das sind nicht unsere Freunde. Wir erst, wir brauchen jetzt auch nicht komplett nett zu denen sein oder so. Na, jetzt zum Beispiel, wenn die sagen, wir sollen nach hinten reinkommen zu denen und die anschauen, das machen wir gar nicht. Wir stellen uns nicht alle auf einen Platz oder so für einen freien Abfahrt. Und pro Geisel kommt auch nur einer Nachforderung nach. Ja, jetzt können wir mal starten. Warum gibt es gleich eine neue Wende, Digga? Ja, eh. Was ist das für ein Müll? So, ich frage das so. Ja. Ja, was soll das? Ähm, dann, ja, machen wir mal weiter mit einer Verfolgungsjahrt und einer Verkehrskontrolle. Verfolgungsjahrt kommt es ja nur dazu, wenn die Verkehrskontrolle nicht klappt. Und zwar, ähm, ja, äh, Verkehrskontrolle. Könnt ihr allgemeine Verkehrskontrolle machen oder wenn jemand halt sehr komisch fährt. Ihr könnt ja immer gerne rein, schon ganz kurz, ähm, über den sechsten Finger, über Strafe. Da gibt es relativ viele Sachen, für die ihr schon eine Geldstrafe den anderen drücken könnt. Ähm, genau. Ähm, wenn ihr jemanden schafft, dazu anzuhalten, dafür fahrt ihr dem hinterher, macht Blaulicht an, macht die Seriener an, fahrt zudem hin und sagt dann, ähm, LSPD, fahren sie rechts ran und steigen sie, und machen sie den Motor aus. So, genau. Danach, wenn der dem nachkommt, dann funkt ihr durch, 1048. Ihr Dienstnummer 1048. Äh, das wäre dann nämlich, wie gesagt, Verkehrskontrolle. Sollte die Person dem allerdings nicht nachkommen und wegfahren. Und, äh, halt genau, ja, fliehen. Dann gibt es dafür auch, äh, der erste Funkspruch, das wäre 1080. Dabei sagt ihr eure Dienstnummer, 1080, ähm, und das Automodell, wo ihr seid. Zum Beispiel, 71, 1080, ähm, schwarzer AMG GTR, beim Würfelpark. So. So, was starten wir denn jetzt? Machen wir doch die ganze Zeit, die Car. Ja, ja, wo geht's mit dem Ding? Dann machen wir gleich. Wir machen kurz die Theorie noch fertig, jetzt haben wir gerade Verfolgung gesagt und Verkehrskontrolle gemacht, was dazu gehört. Ja, ich dachte, da kommt wirklich eine Verkehrskontrolle jetzt. Ja, machen wir auch noch gleich. Erst kommt die Theorie und dann ist es. Die Theorie dauert eine Weile, das ist schon wichtig, was hier abgeht. Nee, ich dachte, es geht direkt los. Nee, natürlich nicht. Erst kommt eine Theorie, die Theorie, die Theorie, dann nochmal die Theorie, dann nochmal die Theorie, dann nochmal, und dann erst, genau. Aber ich meine jetzt so vom Regen her, wenn man jetzt so sieht, Theorie, 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 was ja auch wichtig ist, ist auch in Ordnung. Theorie, Theorie und dann kommt die Praxis. Sagen wir mal so, ich habe mich schon so kurz gefasst, wir haben das Zeug jetzt in einer Viertelstunde durch. Ja. Geplant dafür ist eine halbe Stunde, 40 Minuten. Na dann. So, habt ihr noch irgendwelche Fragen? Nee. Ja, bei einer Verkehrskontrolle, wie ist denn das, wenn ich ein, mir ist das halt sicherer, wenn ich einen zweiten mitnehme, wäre das möglich? Ja klar, als Kadett ist es eher am besten, wenn ihr zwei zu zweit auf Streifen fahrt. Ja, ich wollte auch noch was sagen. Ich meine auch als Officer dann später. Das ist mir einfach sicherer. Ja klar, können wir auch machen. Okay. Er muss, also ich muss verscheinbarer sagen, er muss dann fahren, weil wenn ich fahre, ich kriege Kopfschmerzen. Für mich ist das ein Problem. Das ist kein Problem mit dem Falsch. Bis heute bis das ganze Problem. Ich muss mir nicht im Monat neue RAM-Sticks holen, deswegen. Ja, wie heißt es, jetzt hier kannst du auch nicht umfangen, kurz eine kleine Strecke oder so. Wie heißt es, kurz zur Verkehrskontrolle, dass du auch keine selber gemacht hast? So wie es sich zu seiner gehört hat, die schätze ich mal würde vielleicht gehen. Er meint eine Verkehrskontrolle, wegen schnelleren Bewegungen. Ja, sie heißt es, eigentlich hätten wir jetzt eine Verkehrskontrolle gleich noch gemacht, bis wir schauen, ob es gut geht. Wenn es nicht gut geht, dann geht es halt nicht gut. Dann ist es halt nur ein Beifahrer. Wenn es jetzt da quasi, sagen wir mal, zu einer Verfolgungsjahrt kommen, dass dann die Kopfschmerzen auftreten. Das könnte sein. Ja, das ist bei mir auch das Problem. Genau, dann hatten wir jetzt TOG vom... Ah, ja, bis gleich. Okay, dann bis gleich. Und wir hören uns gleich wieder. Ich mache kurz selbst Gespräche. Jo, Leute, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Wenn du wieder bei der Map durchfällst, schick Report, ich komme. Ja. Und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen.